Soll ich auch noch was sagen? Also ich bin ein Gitarrenlehrer von ihm. Was soll ich dazu sagen, während ich meine Gitarrenmarsch mit dir umspiele? Ich habe im Internet noch einen Artikel gelesen über die jungen Leute in Deutschland, die weder zielstrebig sind noch das nicht können und das können sie nicht und das können sie nicht. Ich bin jetzt, habe ich seit Freitagnachmittag um 15 Uhr mit diesen fünf jungen Menschen hier zusammen. Die sind unglaublich. Unglaublich, was die hier auf die Beine gesagt haben. Begeisterung pur, absolut klasse. Sie haben sich nämlich all ihren Problemen oder nennen wir es mal Herausforderungen gestellt, ob das nun mit dem Licht gewesen ist, mit dem Strom gewesen ist oder mit der Bühne, was weiß ich. Unglaublich, Begeisterung pur. Danke, dass ich heute auf eurer Bühne spielen darf, mit euch. Und das Stück, das wir jetzt spielen, haben wir in, glaube ich, einem halben Jahr geschrieben. Es ist sehr kompliziert gewesen und so. Ich habe auch hier extra Notenständer, damit jetzt alles, weil ich kann es nicht auswendig und so. Das Stück nennen wir jetzt einfach mal so, weil ich habe ja gesagt, wir geben den Titel eine Minute vorher. Das ist jetzt. Das Stück heißt einfach Begeisterung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020